Jetzt wird repariert. Jetzt wird es ein Schiff, das ist ein Schiff. Untertitelung. BR 2018 Funktioniert echt gut, aber ich brauche Schuhe. Also es funktioniert jetzt richtig gut, das Hecke ist stabil, die Schraube funktioniert auch, Antrieb rutscht nicht durch, weil wir eine stärkere Feder haben. Und zwar ist es eine Feder von einem Trampolin, die hat richtig Zug. Und man sieht auch, dass dieses System, ich schiebe es rein, dann ziehe ich den Bremshebel, zack, und dann kann ich Gas geben. Also, wir werden noch ein bisschen Spaß haben. So, es ist jetzt schon richtig dunkel geworden. Wir nutzen die Gelegenheit, um diese Taschenlampe hier zu testen. Die habe ich zugeschickt von der Firma ThruNight, richtig cooles Teil. Und es ist wirklich nur eine kleine Taschenlampe und die macht jetzt hier das ganze Licht. Und ich fahre jetzt noch ein bisschen im Dunkeln auf dem See rum. Oh, die, die ist jetzt hier. Oh, die, die ist jetzt hier. Oh, die. Oh, die. Oh, die. Untertitelung des ZDF, 2020